Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Greedfall. Ja, ich mache jetzt erst mal wieder am Anfang ein bisschen langsam. Elisiane. Das mit dem Ruckeln hier mit dem Spiel, das ist nicht so Opti. Da muss ich nur gerade mal gucken, wie ich da... Ich bin auf dem richtigen Weg und werde aber irgendwie wieder... Ich weiß nicht. Es wirkt so, als würde ich angegriffen werden. Ja, ich hätte recht. Ich finde es ja richtig cool, dass die, wenn es nachts ist, dass die sich ein bisschen verändern, die Tiere. Also, dass sie wesentlich aggressiver sind. Also, das habe ich auf jeden Fall so gemerkt. Hier runter, genau. Und dass sich hier zum Beispiel so wie bei diesen Bärbärwölfen, dass sich da die Augenfarbe halt ändert. Das finde ich richtig nice. Ich wusste das doch, dass das diese Höhle ist. Aber schön, dass es, ähm, dass sie halt erwähnen, dass sie schon mal da waren in dieser Höhle. Also, das finde ich natürlich auch wieder positiv. Und das war klar, dass hier... Ich hab's irgendwie gerade... Irgendwie ist es ein bisschen leise, finde ich. Komisch eigentlich, denn ich habe nichts geändert an den Einstellungen. So. Die gute wird wahrscheinlich jetzt da oben sein, wo wir, ähm, die Treppe gefunden hatten. Äh, die Leiter. Genau. Weil jetzt macht das auch alles Sinn. Nee. Gut. Aber, ähm, es könnte ihr Lager sein. Wie gesagt, dann würde es natürlich Sinn machen, dass hier ein Lager oben ist. Äh, äh, verzeiht mir meinen Schniefen. Aber ich bin mal wieder mega erkältet. Aha. Da ist ja die gute Frau. Nein. Du wirst mich nicht holen. Ich will nicht zurück in den Komponenten. Lady and wifey, protect me in this battle. Fahrende Dara, Grimmeteremdank. Stopp! You have won. Finish me. I still prefer to die, than to return to my father. I'm starting to have doubts about our mission, my child. This girl is sincere. Natürlich lassen wir sie leben. We do not intend to kill you, let alone take you back to your father. So then, why are you here? We know you betrayed the Norts who took you in. You stole documents from your Captain to sell them to the highest bidder. And we're here to pick them up. What? I never did such a thing. The Norts are the family I chose. I would never betray them. There's no point in denying it. We found the dead drop that you used. We confirmed that you were negotiating to sell secrets. And Captain Reuben, who already suspected you, reported the theft of his book just as you were leaving town. But all of this is false. I don't even know what a dead drop is. And if I fled, it was to escape you. Escape us? If you were not the spy, that makes no sense. You'd better tell us what happened. Some time ago, Captain Reuben told me that he had been informed that my father had gone to Tirfriddy. It worried me. I knew my father would do anything to bring me back. Then, in New Serene, my colleagues told me that the Legate was looking for me. I was scared. I told the Captain, who told me that I would find a ship in San Mateus to leave the island. But there were none. I saw my father at the tavern with one of his Inquisitors. And I realized that my only chance was to flee deeper inland. A native helped me find this cave, and there you have it. I can't believe it. And yet, the Captain used us and this young woman with manipulative skills worthy of a Cardinal. Probably to hide the fact that he himself is the spy. We've been duped. We must return to New Serene as soon as possible and warn the Admiral before it's too late. And what will become of me? You will come with us. We will protect you. We'll need your testimony. Oh, die hätten uns ja jetzt wenigstens hierhin zwitschen können. Aber erst mal dupiert, dieses Wort habe ich noch nie zuvor. gehört oder gelesen. Ja, und zweitens, ähm, Captain Ruben. Ich habe das dann schon nach dem ersten Satz irgendwie geahnt, dass das so sein wird. Also nachdem wir sie gefunden hatten. Die sind tot. Die hatten wir schon. Und dann können wir natürlich gucken, ob wir hier auch irgendwo runterkommen, dass wir, hast du mich jetzt erschrocken, äh, runterkommen, dass wir, äh, natürlich direkt reisen können. Die singenden Gewässer, ja. Oh. Ähm. Aber, äh, ja, nun. Ja. Und ich bin auch noch ausgewichen, ey. Wo ist sie? Ah, sie wird nicht mit eingeblendet, oder was? Okay. Okay. Hier kommen uns wenigstens viele Feinde noch entgegen. Und das ist sehr schön. Okay, ich habe gerade gesehen, ähm, dass die Augen auch, äh, über Tage leuchten. Dann hatte ich mich wohl vertan. Ich hatte gedacht, das wäre nur so nachts. Also nur nachts so. War nicht. Na gut, man kann sich irren. Ja, erkunden wir wenigstens noch ein bisschen was von der Gegend. So, dass hier so dunkel und düster wird. Wenn das jetzt gleich eine Sackgasse ist, fresse ich einen Besen. Und hier kommen wieder irgendwelche Tiere, oder so. Da. Aber wir können auch, glaube ich, hier lang gehen. Ja, das sieht sehr gut aus. Ich wollte ja jetzt auch eigentlich relativ den schnellsten Weg, mein Gott, richtig doch ab, ey. Haben, um, ähm, halt wieder, äh, reisen zu können. Genau. Schön. So, äh, befrage ich, boah, so viel offen, ey. Hammer. Na gut, dann haben wir das aber gleich direkt abgeschlossen. Passt mir natürlich sehr, sehr gut. Ja, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Aber die Kulprin ist nicht so, wie wir gedacht haben. Was hast du gesagt? Wir haben Alba gefunden, aber sie war innen. In fact, ihre Kapitänin benutzt uns und ihre Vater, um sie zu schrauben. Es ist wegen uns, dass sie weggegangen sind. Aber sie nie verholten Dokumenten, oder versucht, zu verkaufen deinen Geheimen. So, äh, das Kulprin ist Ruben? Wenn das nicht so ist, warum diese Geschichte gegen Alba machen, und uns so tun? Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Your Excellency. Ich bin so glücklich, dass Sie wiedersehen. Das Begleit wird verhächt. Was kann ich für Sie tun? Was wünscht Ihr neuen Kapitän? Er weiß, wie die Leute ihn beobachten haben. Er und schützt einen Schaden. Was ist noch mehr zu sagen? Er ist ein Kapitän. Ich bin nur ein Kabin-Boy. Er ist gut mit Alba gekommen? Er war zuerst suspiciousig, aber als er sah, dass sie eine Vertreter war, hat er als eine unserer eigenen. Aber als er uns nicht mehr hat, er hat uns gesagt, dass sie nicht was es braucht, um ein Knot zu sein. Er hat gesagt, dass sie treten, das andere Dinge zu sein. Ich denke, er hat er nicht gegründet, dass sie eine Vertreter hat. Was ist noch etwas anderes, Herr Excellency? Ich denke, er hat er nicht gegründet, aber er hat sich nicht gegründet, dass er eine Vertreter hat. Ich denke, er hat sich nicht gegründet, dass er eine Vertreter hat. The only one who gets a smile from time to time is the pretty Gretchen, one of the girls from the tavern. She scratches his itch. As soon as he can, he's off to the brothel. Must cost him a right fortune. He should be careful. A debt with a coin guard is like sailing near a storm. When pride and debt are your masters, it can push you to desperate measures. Und der letzte. Und der letzte. Jetzt soll ich die Prostituierte fragen. Die Prostituierte. Ich bin ja mal gespannt. Was habe ich denn noch alles? Ich habe noch so einiges zu erledigen. Das Problem ist, ich habe noch so viele Spiele zu spielen, also zu Let's Playen. Und momentan lege ich das neue Jedi bei mir auf dem Schreibtisch. Dass ich aber erst anfangen werde, wenn Greedfall zu Ende ist. Weil ich kann einfach nicht so viele Sachen nebenher, also nebenbei spielen. Dann vergesse ich die Steuerung. Äh, Intuition. Ihr anbieten, Kortisan... Kortisane zu werden? Was? Von wem? Von uns? Bitte nicht. Dafür muss sie aber einiges leisten können, also, ne? Ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl. Oh! Oh! Sie wissen, was er mit seinen Männern und seine Superiöse erzählt hat? Oh, ja. Er ist immer überraschend. Er war für eine Promotion. Er wollte ihn als Fleet Commander sein. Aber sie hat nur geänderten his ship. Und die Crew ist jetzt nicht mehr als Level. Und seine Admiralte ihn despiert. Er sagt, dass er alle unfair sind. Er sagt, dass er nicht seine Talente hat. Und es hat ihn verletzt. Hast du ihn verletzt? Ja. Er hat ihn verletzt und Angst. Er hat ihn verletzt, auch. Er hat ihn erzählt, seine Pläne? Er hat ihn auch alle anderen. Er hat ihn geplanten in den Luft gegründet. Er hat mich erinnert, dass er sehr wichtig ist und sehr rückte. Und dass er mich heiratet. Aber sie sagen alle das. Dankeschön, Gretchen. Ich bin fertig. Alles, was diese Frau sagt, nur verletzt unsere Sorgen. Dieser Mann ist ein totaler Traitor. Wir sollten ihn nach dem Nacht folgen. Wir können ihn in den Akt befinden. Ich hoffe, dass wir das jetzt so deichseln können, dass wir springen können. Und nicht, dass ich jetzt wirklich wieder zurücklatschen muss. Um zu warten, wann es halt Abenddämmerung ist. Oh, die müsste ja eigentlich schnell genug kommen. Ah, es war ja wieder klar, dass ich hier jetzt wieder nicht mehr rauskomme. Ach, wer ist das denn? Wir nehmen die Arzt, manchmal. Wir nehmen die Arzt, manchmal, um zu verifizieren, dass alle Tauben von der Stadt verabschieden sind. Wir haben das alles verabschieden. Randomly? Without eine priori Formal Order? Ich... No, ich... Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir eine Verzweiflung. Das passiert manchmal. Ich glaube, dass alle Entritte sind in Ihre Reaktionen. Natürlich. Aber ich versuche Sie, dass wir nur unsere Arbeit machen. Es war alles Routine. Ich bin informiert, dass Customs wurde verabschiedet. Ja, diese Thiefen haben ziemlich den Nerv. Sie hat sogar persönliche Belohnungen in der Zeit. Seitdem, ich habe alle wichtigsten Dinge in die Reaktionen. Aber... Ich verabschiede. Wahrscheinlich auf meinem Weg hier. Ich versuche Sie. Sie haben ein paar Arzt verabschiedet, vielleicht wegen einer Report, aber Sie sind nicht sicher. Dann, dass das gleiche Arzt verabschiedet wurde von Ihnen, und mit anderen Dingen in Ihrem Garten. Äh... Exactly, Ihre Excellency. Sie waren entweder die schlimmste Customs Officer, oder die größte Lier. Listen, Ihre Excellency. Ich habe ein Fehler gemacht. Es ist wahr. Ich sollte nicht das Seizure haben. In fact, es war late. Und... Counten die Krates würde mir dauern. Ich habe es entschieden, ich habe es entschieden. Ich habe es entschieden, aber in der Zeit, die Geräte wurden verabschiedet. Es ist schuldig, aber ich bin nicht verabschiedet. Sie haben sogar nicht informiert, die Autorität dieser Verabschiedung. Das ist alles ziemlich verabschiede, Officer Alrick. Ich denke, dass es notwendig ist, diese Inspektion mit einer Suche. Ähm... Ja. Können wir das denn jetzt erstmal weiterverfolgen? mit dem Zöllner? Möchte ich irgendwas suchen? Uff! Da ist doch die Truhe. Bin ich doof. Scheiße, ich hab nicht genug aufs Schloss knacken. Ey, das ist doch jetzt blöde. Da müssen wir zahlen. Ja, komm. Das geht ja nicht anders. Egon. Egon. Ich habe bereits bezahlt meine Schulden, aber er hält sich über mich. Und jetzt habe ich keine Wahl, wenn er mich überrascht hat, wenn er mich überrascht hat, um die größere Karte zu verabschieden. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Ich möchte, aber ich habe ihn nie gesehen. Er meinten, er mir seine Instruktionen in Wrichtung oder senden seine Männer. Ich versuche, um ein Ende zu dieser Person zu verabschieden, damit alles, was Sie sagen, wird es sinnvoll sein. Ich hoffe, dass Sie es funktioniert, Herr Excellency. Für die Sache von meinen Kindern. Vielleicht können Sie kommen zum Meeting, er hat heute Abend gebracht. Du denkst, er wird in Person kommen? Ich weiß nicht. Das ist das erste Mal, dass ich eine Notis bekommen habe. Ich weiß, er wird mich verletzt, um den Innkeeper zu verletzen. Er hat nichts zu lassen, du kennst. Sehr gut, ich komme. Wenn nur, um zu verhindern, dass du den Preis für deine stupidität verletzt. Danke, Herr Excellency. Ich weiß nicht, Herr Excellency. Ich glaube, dass ich mich verletzten. Vielen Dank, Herr Egon. Ich bin sicher, dass das Egon hierher kommen. Ich würde mich freuen, wenn er um nicht zu verletzen ist, um jetzt ein kleiner Freund und sein zu tun, Dann geht's mit dem Nachbarn. Ich werde das Mal mit dem Haus gehen. Ich muss mich auf den Nachbarn. Ich weiß nicht, dass ich die Nachbarn. Ich habe jetzt nicht möglich, aber ich bin zu verletzen. Ich mache mich nicht mit dem Nachbarn. Ich gehe jetzt aus. Hm, jetzt bin ich natürlich am überlegen, was ich machen soll. Ich werde jetzt versuchen, da trotzdem mal... Obwohl... Also auf den einen muss ich ja bei der Dämmerung treffen. So, das heißt, ich gehe jetzt mal zu unserem Haus zurück und spule mal bis zur Dämmerung vor. So, dann spule ich jetzt erstmal bis zur Abenddämmerung. Das war falsch. So, äh, schlafen. Abenddämmerung. So, jetzt müssen wir natürlich den Käpt'n finden und den erstmal verfolgen und dann machen wir das mit der Nacht dann mit der Schmuggelware. So, hier müsste der jetzt irgendwo sein. Da ist er. Pack' ich das, wenn ich ihm jetzt so hinterhergehe? Das müsste eigentlich, oder? Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber nicht sieht uns jetzt hier keiner. Wenn das jetzt so echt wäre, ne, sieht das wirklich dämlich aus. Hier laufen gerade irgendwie viele Wachen rum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, die gucken schon ganz blöd. Der hat mich gerade voll komisch angeguckt. Von oben her raps oder sowas macht die Alte denn da. Der war gut. Die machen das hier alles schön chillig. Jetzt müssen wir uns nicht malen, wenn er gerade um die Ecke ist. Und das klappt ja bis jetzt eigentlich ganz wunderbar. Meine Heizung knackt und ich weiß nicht, warum. Oh. Okay. Normalerweise knackt die nicht, wenn ich die im Esszimmer anhabe und im Büro. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich hab die doch im Esszimmer angemacht, oder? Ich bin ziemlich nah dran. Ich sollte ein bisschen warten. Oh, der trifft sich damit. Ne, das ist der Händler nur. Ah, jetzt gibt der Gas hier, der Gute. Wir schleichen trotzdem. Nicht gucken. Äh, wir warten mal, um zu sehen, was er in der Kiste tut. Wir müssen first find out what he puts in der Box. Let's him finish. The way is clear. Now, let's take a look at this Box. The Captain and his Biger should meet here at Nightfall. This must be where the exchange will take place. You should put the message in the Box, so no one will know we've seen it. The Admiral will certainly want to know about our discovery. Let's go. Good. Ähm, der Admiral, den soll ich jetzt Bericht erstatten. Machen wir das direkt jetzt fertig. Guck, ich hoffe, ich bin hier. Ja, ich bin richtig. Nicht schubsen hier. Dasarde, was kann ich tun für Sie? Wir wissen ein bisschen mehr. Ruben continues to use the Dead Drop, und hat einen Appointment mit seinem Buyer. He has quite the nerve to continue using that box, even though he knows you know about it. He must have thought that we would not come back. The meeting is tonight. This could be a good time to get the proof we need. What do you think? That's an excellent idea. I will come with you. I want to see this traitor full with my own eyes. Hm. Worin dem, äh, den geheimen Treffen war ich. Da hab, wo er wollte gerade gemeinem treffen. Lesen, ohne dem gemeinen Treffen war ich. Okay, da leuchtet was komisch. Ist das da, wo das Treppen stattfinden soll? Nee, aber da... Da leuchtet doch was. Was ist da hinten? Schlüssel des Zöllners. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt weil ich das Gebiet verlassen habe. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Oh, jetzt muss ich sie hier nochmal zurückholen, weil sie jetzt wieder zurück... Oh mein Gott, ey, wie dämlich. So. So, aber ich muss jetzt trotzdem Schluss machen. Sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh- Oh. Oh. Oh, ja. Oh.